Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Neues Video. Ja, wir sind vor der Haustür unterwegs, aber es ist ein bisschen Winterlandschaft, deswegen nehmen wir euch mit. Schaut doch ganz gut aus. Ich bin jetzt hier ein paar Abwechsläge. Das ist schon mal ein paar Abwechslungen. Ich bin jetzt hier ein paar Abwechsläge. Ich bin jetzt hier ein paar Abwechsläge. Ich bin jetzt hier ein paar Abwechsläge, Abwechslung, die wir im Hauptabwechsläge sind. Das war's für heute. Was eigentlich auch alles kann. Oh! Ah, gut! Wooh! Oh! 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 Da links drauf und dann gleich wieder rechts. Das war mega gut, das kann die Vicky, aber sie braucht es nicht. Das war's für mich. Das ist die Übung in der Tatjag. Das war's für heute. Ich kenne mich nicht mehr. Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So why do we hold on, even if it hurts so long, it's breaking us so far, far, I guess we'll never know, how it feels to see the shoreline, we have to be together, stuck in the stormy weather. Oh yeah, it's great! Ja, voll griffig! Ja, voll griffig! Das ist ja auch nur gerutscht, aber ich habe es dafür drüber, das hätte ich mich nie gemacht. Ja, voll griffig! 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 Bis zum nächsten Mal.